Katzensprache. Das können sie wieder. Hundensprache. Genial. Mammutsprache. Nilpetsprache. Eben, diese beiden können nicht erzählen. Und wenn sie etwas... Aber wenn sie ein Lied singen und zusammen erzählen, dann können sie nicht erzählen. Wie soll sie es machen? Soll sie die Korpsen machen? Soll sie Husten? Sie essen. Und dann gibt es so bei den Nilpferden. Meid, hoi, schui, bier. Kuchenli, köi, hertsch und blanche. Das Lümpferd füllt sich gerne an. Und wie ein Sinnesfass fast passt. Wie ohne Eisgrill abgeschmackt. Kuchenli, köi, hertsch und blanche. Das Lümpferd füllt sich gerne an. Und wie ein Sinnesfass fast passt. Wie ohne Eisgrill abgeschmackt. Wie ohne Eisgrill abgeschmackt. Das Lümpferd füllt sich gerne an. Das Lümpferd füllt sich gerne an. Und wie ein Sinnesfass fast passt. Wie ohne Eisgrill abgeschmackt. Wie ohne Eisgrill abgeschmackt. Das Lümpferd füllt sich gerne an. Und wie ein Sinnesfass fast passt. Es geben ihm noch zu essen. Er sagt noch etwas. Spaghetti mit was für einer Sauce? Bolognese oder Alpesto? Alpesto? Wie noch Spaghetti mit Alpesto-Sauce? So wie ein Windesglas vor dem Platz. Ich gebe ihm noch etwas Letztes. Kuchen, was für einen? Eine Periode von Birekuchen. Birekuchen. Wir kommen Birekuchen. Alpesto? 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 Wow, geben wir ihm noch etwas Glöse? Mich! Du hast deutlich gefragt, was sie wird. D! etwas Sausses? Morrevammel?! Morrevamel! Das kann man nie sagen, aber noch essen. Heute haben wir noch einen Morrevammel. Ich will den Gräb schnitten, er sieht wahnsinnig gerne Gräb schnitten. Er sieht den Gräb schnitten. Wir wollen den Gräb schnitten, ab und schnitten.